Leute, der erste Schnee seit 22 Monaten, 3. Dezember, seit dem 3. Februar 2019. Ich bin jetzt hier auf dem Frostyplatz und ich habe das Gefühl, Frosty wird herkommen. Ich werde mich jetzt mal hier irgendwo auf die Lauer legen und dann werden wir das Ganze mal ein bisschen beobachten. So, ich sehe was. Da! Es tut sich was. Da passiert irgendwas. Da bildet sich ein Hügel. So, halbe Stunde vergangen und man merkt wirklich den Unterschied, dass der sich dort bildet. Jetzt kann es nicht mehr lange dauern. So, Leute, das dauert ja ewig. Noch 20 Minuten später und es ist noch ein bisschen gewachsen. Aber ich werde mir das jetzt mal hier aus der Nähe angucken. Ja, also so richtig vorstellen kann ich mir das jetzt hier noch nicht. Aber ich weiß nicht, der versucht das hier, der Frosty, mit 2 cm Schnee. Ja, das ist schwierig. Naja, ich gehe mal eine Runde spazieren und wenn ich wieder komme, wir mal sehen, was dann ist. So, jetzt nach anderthalb Stunden gucke ich mal, was, ey, guckt euch das an. Das scheint fertig zu sein. Boah, ich muss mal hinten rennen. Frosty. Frosty ist da. Na ja, dann kann es ja noch losgehen hier. Ja, jetzt habe ich leider gar nicht gesehen, wie das jetzt im Einzelnen hier passiert ist. Ja, er braucht noch was zum Anziehen. Moment. So, perfekt. Ja, und das fängt an mit Schneiden. Und dann, tschüss. Und wir sehen uns bei neuen Videos. Viel Spaß noch mit Frosty. Frosty. Frusty. Vielen Dank.